Hi, was ist da los, liebe Freunde, da geht die Stimmung durch den Deckel heute mit einer Folge League of Legends. Viel Spaß dabei, wünscht die K.O.-Truppe. Dabei haben wir die gute Laura, eine sehr, 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 sehr liebe, nette, charmante Dame. Außerdem auch noch den Florian. Hi. Und da geht auch noch raus, ne, wie ich gerade schon großkotzig angekündigt habe. Ihr müsst euch, das war übrigens gerade nicht irgendwie antisemitisch gemeint, jetzt müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Ein Geheimtipp von mir, ja, wirklich, der Familie Popolski. Wirklich gute Musik und gute Comedy. Kein Spaß, ich kriege da kein Geld für, ich mag die echt gerne. Lustig. Und jetzt zurück zum Spiel und damit zum Wetterstudio. Mit Olga Popolski. Ich weiß es nicht mehr. Wie hieß die rothaarige, die man in der Sendezentrale sitzt, weißt du das? Meine Olga. Ja, ne? Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bringen wir jetzt alle zusammen. Ich wollte eigentlich gerade einen Überleitungsgag machen und sagen an die Wetterzentrale. Dann hätte einer spontan einfach mal so, morgen ist das Wetter so und so. Jetzt ist er voll ins Bach in die Hose gegangen. Achso, ja, ich wollte eigentlich jetzt das Journalied anstimmen von einer Frau, die steht auf dem Markt und hat immer verkauft. Rote Kirschen und dabei hat damals ein kleiner Junge gesungen, der Sherry, Sherry Lady. Auf dem Markt von Sabja und ich luge nicht. So, genug der Spielereien. Jetzt werden, nein, das ist nicht nett, wenn ich das sage. Komm, sag es. Nein. Wir spielen jetzt, äh, ne? Wir, AP Nasus, können wir. Man spielt Nasus nicht auf AP. Man spielt Adele Blanc auch nicht auf AD. Und macht trotzdem Pid. Dasselbe, was ich hab. Und ich hab. Piu, Piu, Piu und dann Scheiß drauf. Piu, Piu, Piu. Piu, Piu, Piu. Piu, 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 Piu. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mit diesem... Kauf dir Sonnenfalle machen, Junge. Erstmal Sunfire. Riecht du da. Ähm, 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 Stärke der Dreieinigkeit ist auch sehr geil auf Shyvana. Und Frosthammer. Ernsthaft. Kauf dir Stärke der Dreieinigkeit und Sunfire Cap. Cool. Riecht du eigentlich voll ich wackelopst. Ja. Was kann das? Die haben Akali, ne? Da möchte ich schon ein bisschen abkotzen. Denk an, du bist ein bisschen opi. Findste? Gönn dir. Erster Tauheit im Spiel. Oh. Bin immer erster. Immer ganz vorne dabei. So, mein Freund. Viel Spaß dabei. Nein. Akali, das kannst du sowas von kriegen. Ich versuch's erst gar nicht, glaub ich, meinen Coups zu stacken. Hey. Geht mein, ähm, E durch, äh, Minions? Ne, 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 ne. Ne, ne? Ne, 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 ne. Warum sind die nur zu dritt? Weil die anderen bestimmt noch auf 80 Haltrenke warten. Do not try my patience, Junge. Schon ne coole Kombo. Ja, Karli hat Haltrenke. Standard. Moment. Und, Moment. Ihr, äh... Boots! Armor, fuck, das ist ja ärgerlich. Hat nicht früher der Kreis von Nasus auch, ähm, Magiri sie gesenkt? War da nicht mal was? Da ist der Frosch wieder. Bums. Hast du da ein Skin für den, oder hast du Standard? Was? Was hast denn du mitgenommen für, äh, Runen und Masteries? No, no. Ja? Wer jetzt? Tu. Ich? Ja. Bin ade, hä? Aus Versehen, ade, Runen. Sauber, gönn dir's. Und dein W immer schön auf je klatschen oder so. Ich hatte ja dann Schock-F und dann hat's nicht mehr gedenkst. Boah, das ist ein schöner Kombo eigentlich, ne? Ach, komm mal hier, die Poppy, Junge. Hat sie vorgezogen zu flashen. Soll ich's tun, Tryhard? Na gut. Jawoll. Kurz überlegt. Ich kann Jorks Monster fressen, das ist schön. Fräulein, so nicht. Eisball. Ach so, nee, keine AP. Ja, Jorik ärgert mich. Ja, der mag dich nicht. Enormous! Das sagen sie alle. Tschüssin, lol, that shield. Oh, sorry. Bums. Hey. Ja, Freunde, was ist hier los, ihr drüben Tassen? Ab geht das. Voll aufs Maul. Müsst erst mal warm werden. Kann man eigentlich irgendwo seine komplette Game History einsehen? Ja. Leuking oder sowas, oder wie? Ja, genau. Ah, sauber. Weil die letzten zehn Spiele ist ja läppsch. Huch. Da ist mir noch ein Gena entfleucht. Lappen. Ne. Okay, jetzt sind wir aufgedeckt. Ich bin mal zischen. Boah, ja, und das Fressen ist so krass mit Nunu. Du, du regenerierst so leben hier. Entschuldigung, was hier... Oder braucht es ein anderer? Nein, nein. Ein Tuss. Wir können dir. Jo. Ich habe ganze 79 AD und 0 AP, weil ich vergessen hatte, die Dunen umzuändern. Ja, aber der kriegt erst mal einen aus dem Maul hier. Komm, gar nicht mehr hier den Schuss. Ich habe es. Ich mag Akali nicht so gerne. Nein, los, los, los. Oh, du hättest ihn killen können, Junge. Ich habe Akali ignited. Oh ja. Gut. Sauber. Konkratz. Oh. Guck mal, die Nunu will es wissen. Nunu will es wissen. Warum sage ich Nunu? Ich meine eigentlich die Papi. Ich bin Nunu. Ja, weil... Jetzt geht das nicht gut aus. Ich spüre es. Im linken Ei. Sag ich doch. Das muss so sein, das ist wegen Eikaufen. Wer viel kauft, kann... Bumms. Obala. No. Ich habe es nicht getan, Junge. Ich meine, ich hatte es vor, aber ich habe es nicht getan. Ui. Gib dir selber ein Weh, dann bist du schneller. Jawoll. Und das kannst du anderen auch noch geben, weil das kriegst dann sowohl du als auch die anderen. Ja. Ach so. Und niemals den Q von dir unterschätzen. Da gibt es so viel Leben wieder später, wenn du OP hast, das ist der Hammer. Jo. Ich fresse Nuyork seine Monster, das ist relativ gut. Alter, was macht mir für einen Schaden? 1000 circa. Ja, over 9000 meinst du? It's over 9000. Bumms. Hey, 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 beruhig mal. Fikon. Fikon. Ja, so können wir kein Blumentorf gewinnen, Freunde. Ich will gewinnen hier, habe ich doch gesagt. Guck. Zack, habe ich Zeit, Alter, starb voll. Wer will das nicht? Pff. Ne? Da ist was dran. Bums. Ich will mal eben meine Uls. Ne, ne, fällt aus. Okay. Ne, fällt aus, okay. Das war super, mit der Ulti. Ich weiß, ich muss raus. Oh, brech ab, beweg dich. Ja, sauber. Genau, du kannst die Ulti übrigens abbrechen, wenn du dich einfach bewegst. Okay. Oh, da ist doch was hier, Busch. Guck mal her, die Nono. Ach, ne, ich schon wieder. Oh, ich habe meine Ulti. So. Der hat erst mal gefressen. Uh. Guck mal hier. Was? Ach, das ist Jocks Ulti, ne? Jetzt muss ich leider gehen. Ach so, lädt sich meine Ulti quasi immer selber auf. Also, ne? Mmh. Hier. Mmh. Genau. Lass, lass mich mal was essen. Ich bin der Sigi. Der Sigi schwarz. Wenn ich was über hier meinen Champs sage, dann führe ich meistens Selbstgespräche, um mich selber zu begreifen. Ja, was? Ich brauche mich aber ankündigen. Eke. Ich brauche einen Vassalen. Bitte? Da kommen gleich zwei. Siehst du? Da sind doch zwei Vassalen. Können Sie ja die Ghouls von dem Jorik meint ich an und für sich. Ach Mann. Und Akali gönnt sich, denke. Ach so, dann. Und jetzt stumpf einfach auf Arme. Bums. Ja. So ist es. Boah, nein! Doch, sicher. Ich leg mich am Arsch. Das werden wir dreifach töten und weh. Boah, Bums. Jawohl. Ja, so wäre dann so mein Weh gewesen. Dat Hitbox, Junge. Die Nachbarn. Da hätte jetzt nur noch Ulti reingemüsst. Oh ja. Die wäre knackig gekommen. Ui. Ja, sauber nicht. Die ist hier. Okay, wer kauft den Sweeper oder wer kauft den anderen? Oh, Junge. Guck mal, die Nono. Schon wieder? Warum? Warum sagt man... Warte, wir. Na gut. Können dir. Nein, aber ernsthaft. Wer kauft sich den Sweeper oder das andere Item? Jetzt kommt der Jorik. Ja, entweder ich oder... Je mehr, desto besser eigentlich, ne? Hier, Chris sollte sich auf jeden Fall dieses AD-Item davon kaufen, was Invisible aufdecken kann. Und wir APler kaufen uns das AP-Item. Ja, ernsthaft. Je mehr wir haben, desto besser ist es. Weil das Gefährigste ist Akali. Ist so. Äh, oh, Jinx. Weißt du die Nurse-Cosplay Akali? Ja, genau. Die mit dem Hupen. Denn Akalis Hupen kannst du... Ja, ist klar. Ich hab ignited. Sauber. Ignite mal die Akali, bitte. Achso, nee. Sauber. Warum verreckt die Forze denn die Schuld? Ja, bitte. Tut mir leid. Sowas aus solch zartem Munde. Ja. Und ab geht's. Da hab ich dann Flash gehört. Ja. Du kannst mit deinem E total viel Damage machen. Das ist echt super. Und Eisball, und Eisball. Achso, du bist gestunt. Und Eisball. Bums. Sauber. Dankeschön. Ich hab's im Urin. Das wird eine kurze Runde. Oh, geh weg, geh weg. Es sei wie viel in Akali weiter. Akali, fokussend. Hier ist er. Hilf mir. Hilf mir beide. Okay, wir können abbrechen mit fokussend. Die werden uns jetzt alle wegfisten. Ohne Scheiß. Niemals. Nice. Und Jinx-Ultis auch raus. Schön. Sorry, den hab ich verpasst, den Kill. Hier geistert noch irgendwer rum. Pass auf. Weg, 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 weg. Da muss man dann nochmal. Noch eine. Nein. Doch, doch. Ich wollte mir den holen. Future. Ja, hier. Ich habe gerade aus der Kommandozentrale der 14-Jäger-Kompanie eine sehr erfolgreiche Information erhalten, über die heute. Die konnten komplett ohne Dissing spielen? Jawohl. Oh, wie geil ist das. Die sind bestimmt alle happy wie Sau, oder? Das heißt, im Umkehrschluss für euch, Machen wir mehr Arma. Müsst ihr nicht mehr schreiben, weil eventuell geht es dann demnächst von ganz alleine weiter. Schmeckt mir. Das ist ja richtig geil, ey. Jetzt noch ein bisschen mehr Feintuning und dann geht es dir bald richtig rund. Und? Wie ich Akali... Die hasse ich richtig mit Passion, ne? Also nicht der Spieler, sondern der Charakter. Diese dämliche Fickfotze. Jetzt habe ich es gesagt. Da ist es ihm rausgerutscht. Ich habe es bewusst richtig rausgehauen. Ich hasse Akali so. Bah! Puh! Ey, und da zeigen die das nicht an. Die Ärsche. Hör mal. Die Akali, die könnte ich anzeigen. Ich habe geflasht. Ich raste aus. Ich wollte nur Ghosts machen. Guck mal, da steht ein Doppelkirch. Sieht ihr das? Ja, was? Nein. Ich bin Jingsis Laudema. Ich trau mich nicht in den Busch. Da hockt sie bestimmt wieder. Du wirst sowas von sterben. Es ist soweit. Und tot. Da kommt... Da kommt... Dingsis ist hier nicht eigentlich Jungle. Da ist Dingsis. Wie? Shyvana? Ja. Ja, oder Toplane. Also, wenn wir jetzt von Summoner's Drift ausgehen. Ja, ja. Ja! Das linke Ei. Ich nenne das auch gerne. Das ist... Okay, die sind nur Weltklier an. Das Orakel-Ei. Ich werde jetzt einfach nur nach Farmen, habe ich mir überlegt. Tu's. Das ist... Das ist, äh, ne? 4 von 6 immer ist okay. Loll. Pass auf, das ist noch nicht vorbei. You shall not pass. Und... Bums. Da die Akali, Junge. Snacktie! Ich bin da ran, ich bin da ran. Eis bei sie. Nein. Bombs. Auf wem hat sie denn Ulti drauf, dass die Ulti noch rennt, wenn alle anderen tot sind? Ich weiß nicht, Junge. Was sollte ich mir jetzt nach Frozen Mallet holen? Trinity Force kannst du holen. Äh, Sonnenfall, umhann kannst du holen. Randoins kannst du holen. Randoins oder Randoins? Wat? Randoins. Na gut. Weil voll oft höre ich ran, die Jums. Voll oft hat sich einer verarscht. Nope. Ja, Akali, ne? Ach nee, Jinx. Okay, okay. Habt ihr den Schaden gesehen? Schon. Hast du einen Schaden gesehen? Hast du einen Vogel? Nope, 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 nope. Bums. Was halte ich davon, wenn wir Akali einfach fieden? Das ist total die super Idee. Hab mir gedacht. Hast schon mal präventiv angefangen, ne? Ja, schon. Doppelkicks. Äh, mach mal Pro-Plays. Geh hinter dir Gegner und mach dann ein Ulti in Richtung Tower. Dann schiebst du dir in den Tower rein. Das ist richtig cool. Mit mir eh schön dezent sich angegönnt. Wäre jetzt ich? Hm. Ja. Jetzt tu es. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Eier haben, Junge. Eier. Was denn? Ja, du. Mein zweites Item ist fertig. Lol, da hast du prediktet. Fuzzy. Und Silence. Du, Exkultur aus dem Jahre 1. Und das hier ist der Pilemann. So sieht's aus. Oh, Ficken. So ist es. Ich hab mich zu früh gezeigt. Ich hätte die eigentlich baiten können. Nope. Bums. Ich hab so Angst vor der Fick-Kali. Darf ich noch eben auf und lass mir mal einen, bitte? Ich weiß nicht, was du damit für Zwecks hast, aber es sieht lustig aus. Schon, ne? Komm rein rein. Du musst da eigentlich schon over 9000 Lifesteal haben mit dem... Eigentlich. Eigentlich ist eigentlich nicht eigentlich. Ja, Mili. Oh, jetzt hätte ich Sonja's machen müssen. Schon? Aber mit Sonja's brichst du deine Ulti ab. Ja, wollte ich ja eigentlich auch. Sauber. Ganz dezent. Upp. Tot. Oh, guck mal, da steht da noch viel mehr rum. Junge, voll retard. Warte. Jawoll. Upp. Nein, zwei sterben. Ja. Das ist, wenn man greedy ist. Nicht alles auf Lulu. Aber auf die Jinx. Ja. Ja, sauber. Da hat der Chris mal einen rausgehauen. Sonja, jetzt noch den Turm. Gönnt euch. Akali kommt, sie wird euch alle töten. Nix töts die hier. Pass auf. Zack. Guck dir das an. Ich hab sie kurz angeknabbert. Leider keinen Stack dafür bekommen, aber... Todes tot. Todes tot sogar. Todes tot. Fokus. Ah, da hat sie ihr Ulti angeschmissen. Wer hat das Sulti drauf? Sauber. Sorry. So einer kann sie töten. Ja. Der Doverkin. Jetzt ist es vorbei. Nein. Gönn dir. Ich komm dir entgegen. So knapp. So knapp. Nope. Jetzt wird ausgegeben. Nee, ich bin schon ein paar Mal gestorben. Leider. Ah, wie ärgerlich. Ja, aber ich hab ne Sicht jetzt. Sauber. Hull ich mir auch als nächstes Item. Was kostet der Spaß? Hush, peace, pep, speed, coke, style, ab, ab, bitte. Wat denn? Briefe, glaub ich. Wie? Nee, doch nicht. Ich, boah, ich hasse Kettenbriefe, ne? Ja, eben. Mit Passion. Ja, eben. Aber die hat sich nur dafür entschuldigt, dass sie mich heute beim Inlinern richtig umgemimst hat. Dann ist ja gut. Speed für alle. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie ich Kettenbriefe hasse, ne? Ja. Jetzt lass mir gleich mal eben den Creep über, dass ich meine, ich ein bisschen snacken kann hier. Wenn die schon so anfängt wie, oh, danger, sie haben gegen ein Gesetz verstoßen, ne? Ich mir so, jo, alles klar. Ja, oder hier, mach das und das, sonst passiert das und das und deine Liebe des Lebens und Penis und der ganze andere Ries. Ja, da hat sie sich jetzt gedacht, wieso hat die mich gesehen? Ganz einfach. Weil du's kannst. Bums. Hallo, willkommen, Hals, Maul. Ja, das war immer eine kurze Runde heute. 18 Minuten. Ja. Das ist eine sehr schöne. Ich habe ja in drei Stunden hochgetan, Jungen. Und ab geht's. Drei Stunden? Nein, geht schon fixer. Und tschüssen. Tschüssi. Tschüss, tschüss, tschüss. Ähm. Ja, war schon lustig, ne? Oh, schmackofatz. Schon. Ja, war witzig. Hat mir geschmeckt. Fiktori. Also, ich denke, wir brauchen... Lade nach. Schon. Tschüssi.